Hamburg, 23. Juni 2011, morgens kurz vor sechs. Aufbruchstimmung bei den Aktivistinnen von Vier Pfoten. Im Gepäck Hühnerkostüme und jede Menge Informationsmaterial zum Thema Kleingruppenhaltung von Legehennen. Es soll nach Süddeutschland gehen, Beginn einer Informationstour, um Vertreiber und Verbraucher von Eiern aus Kleingruppenhaltung auf das Leid der Tiere aus dieser Haltungsform aufmerksam zu machen. Das Ziel, die Märkte der Großmarktkette V-Markt. Erster Stopp- und Auftaktveranstaltung der Karlsplatz in München. Als eine der letzten Lebensmittelhändler verkauft die Großmarktkette V-Markt noch immer Eier aus tierquälerischer Kleingruppenhaltung. Das soll anders werden. Darum nimmt Vier Pfoten die Filialen des Anbieters ins Visier. An diesem Wochenende in Kissing und Kaufbeuren. Die Forderung der Tierschützer, V-Markt soll den Verkauf von Eiern aus Kleingruppenhaltung endlich stoppen. Denn während im vergangenen Jahr die meisten Lebensmittelketten den Verkauf auf Eier aus Bio-, Freiland- oder Bodenhaltung umgestellt haben, zeigt das Unternehmen V-Markt bis heute kein Interesse am Leid der Legehennen. An Infoständen in München und vor den V-Märkten in Kissing und Kaufbeuren konnten sich Verbraucher über die verschiedenen Haltungsformen von Legehennen informieren. Die meisten wollten danach keine Eier aus Kleingruppenhaltung mehr kaufen. Ein Erfolg für Vier Pfoten-Kampagnenleiterin Dr. Martina Stefani. Vier Pfoten konnte viele Verbraucher davon überzeugen, ihr Kaufverhalten zu überdenken und ab sofort Eier aus tierquälerischer Kleingruppenhaltung im Regal liegen zu lassen. Vier Pfoten kämpft seit Jahren gegen die sogenannte Kleingruppenhaltung, eine versteckte Form der herkömmlichen Käfighaltung. Ein Leben in unerträglicher Enge auf schmerzhaftem Gitter ohne Kontakt zum Erdboden. Vier Pfoten wird nicht aufhören, gegen den Verkauf von Eiern aus derart tierquälerischer Haltung vorzugehen, solange bis auch das letzte Ei aus Kleingruppenhaltung aus den Regalen bei V-Markt verschwunden ist.